Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Renate. Komm Samy. Samy möchte auch mit dabei sein, dann komm. Achtung, er weiß noch nicht wo er so hoch soll. Ah, da bist du ja, Junge. Möchtest du jetzt auf das Tablett? Ne. Also das ist unsere Rampenkarte Samy, der auch jetzt schon zwei eigene Videos bei YouTube drin hat. Ne, Samy? Ja. Ja, dann leg dich hin. Also wir möchten eine Verlosung machen. Kleine Verlosung. Ne, Samy? Ja. Ja. Da wir gerade die Cold Grillbox oder Grill Coldbox, weiß nicht, von Brandmuse gefilmt haben, haben wir gesagt, ja. Jetzt haben wir einmal die Kamera aufgestellt, dann machen wir auch eine Verlosung. Ne? Ja, dann komm auf meinen Schoß, mein Junge. Ja. Ja. Also, fangen wir jetzt an mit der Verlosung. Katerchen bringt einen ganz raus. Der hat heute Nacht mit meiner Freundin im Bett geschlafen. Ne? Meine liebste, beste Freundin, unsere liebste, beste Freundin Claudia war nämlich zwei Tage bei uns. Ne? Und dann haben die Tiere hier bei ihr geschlafen. Und da sie nicht viel geschlafen hat, wusste sie genau, was die nachts machen. Ne? Möchtest du mal gerade weggehen? Schatz. So. Mein Freundin Claudia ist die, die den Bernardiner Emil hat. Den poste ich auch schon mal bei Instagram, weil der einfach süß ist. Unser Patenhund. Sein Vorgänger war der Herr Schröder. Der ist leider gar nicht alt geworden. Und davor war der Herr Henry. Auch alles Bernardiner. Und Henry war der Bruder von unserer Anna. Und die zwei haben sich so geliebt, ne? So, jetzt zeigen wir mal, was wir zu verloren haben. Wir haben von Revolution Reloaded Velvet Rose. Eine Palette. Ganz schön. Ne? Dann haben wir von Luvas Heilerde Lifting Booster. Zwei Phasen. Dann kommt eine süße Kette. Oh, Sammy. Was bist du denn so wild? Ach, Schätzchen. Was möchtest du denn? Kleine Schnurrekatze. Möchtest du auf meinen Schoß oder möchtest du das denn? Ja, da ist sogar ein Kätzchen drauf, ne? So, das ist nämlich ein kleiner Anhänger mit einem Effektor. Wört ihr den schnurren? Ich denke schon, ne? Na, nein, das ist nicht zum Spielen. Ich wollte den Anhänger da reinmachen. Und zwar, oh, bei dem Anhänger, den lege ich mal da hin. Ja, da ist eine Katze nämlich drauf. Also eine große Katze und eine kleine Katze. Das ist offenbar sehr interessant. Nein, du sollst das nicht wegstehen. Das ist, äh, das hört ja an die Kette. Ach, du bist süß. Warte ich. Ich lege das mal da rein, ne? So. Das ist also mit Verlängerungskette. Richtig schöne, lange Kette. Hast du es reingekriegt, bevor Sammy es weg ist? Nee, der ist ja da. Sammy-Line. Können wir das mal vielleicht filmen, Sammy? Versuchen wir mal. Also, große Katze, kleine Katze auf dem Bild. Ganz süß. Erinnert mich an die Bilder von Rosina Wachtmeister. Hör mal auf, Sammy. Vielleicht darfst du wieder. Also, wer dann die Katzenhaare mit dabei sind bei den Verlosungen, dann wisst ihr immer, von wem die kommen, ne? Du sollst das in Ruhe lassen, Sammy. Kannst du sehen? Ich hab's jetzt. Ja, so halbwegs. So, ja, Sammy ist. Aufhören. Warte, ich mach das jetzt mal zu. Kettchen. Und steck das wieder da rein. Du bist ein Krümel, äh, Spondinsauschen. Sammy. Und die ist ganz lieb. Schläft. Ein Kettchen schläft, ne? So. Stecken wir da rein. Also, das war das Kettchen mit Anlänger. Ich find das so, so, so süß. Wir mögen Katzen, ne? Und dann haben wir hier diese Creme von Puffin Beauty, Thickening and Texturizing Balm. Das ist also für die Haare. Styling-Creme und für Volumen und bessere Textur der Haare. In die Tube. Und dann ein Pinsel von Niree. Natürlich unbenutzt. Nein, Sammy. Ist noch eingepackt. Das ist Nummer 122, Sculpted Highlight. Ist also für den Highlighter. Aber natürlich könnt ihr da mitmachen, was immer ihr wollt. Katze streicheln. Highlighter. Augen. Was auch immer ihr wollt. Ne? Jeder, wie er möchte. Und dann noch von Banana Beauty. Ein Eyeliner. Weil ich das nicht kann. Ich würde so gerne Eyeliner, Eyeliner, Eyeliner können. Kann ich aber nicht. Und ich muss nochmal sagen, das sage ich wahrscheinlich jetzt in jedem Video. Es tut mir sehr leid. Ich habe da im Moment ein Provisorium auf dem Zahn. Und das wird also so eine Krone. Aber das wird wahrscheinlich noch Anfang Juni, bis die endlich kommt. Also, Basic Bitch heißt dieses Ding. Von Banana Beauty. Ein Classic Long Lasting Ink Liner. Banana Beauty. So, schnell wieder hinein. Das alles kann also einer von euch gewinnen. Und wir hoffen, jemand hat Spaß daran. Und genießt die Sonne, solange sie da ist. Ja, bleibt gesund. Jawohl. Jetzt hat er genug gespielt. Jetzt geht er. Denkt an Samys eigenes Video. Also, so wie er gemerkt hat, dass ich in Filmen hatte, aufgehört. Und wie gesagt, das Video wäre bestimmt dreimal so lang geworden, wenn ich das, wenn ich öfter Video aufnehme. Und vorhin gewusst hätte, dass man auch auf den roten Knopf drücken muss. Egal. War immerhin ein kleines Video. Okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch wirklich alles Liebe. Ich schicke noch meine Nerven. Nur, wie ich das jetzt schnell kann. Ich habe ja geübt. Bis demnächst. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020